Da, so. Oh. Noch ein kleiner Erdspalt. Mit Anschluss, Anna. Wie viel Eis ist das? Wie viel Eisen finden wir jetzt gerade? Da geht es auch noch mal irgendwo rein. Aber, ah ok, das ist nur so. Hm, und immer noch kein Minenschacht. Ist doch fast ein Ding der Unmöglichkeit. So, ob wir jetzt hier wieder rausfinden, ist natürlich eine andere Frage. Wie viel haben wir da? Ich erinnere mich, aber ich weiß nicht mehr, wo ich dann entlang muss. Ich muss eigentlich irgendwie gar nicht hier entlang. Ich glaube, ich muss irgendwo... Irgendwo... Wo muss ich eigentlich entlang? Hm. Was haben wir da? 20, da können wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Ja, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Hat sich einer den Weg gemerkt? Da ist auch noch mal irgendwie eine Höhle, aber da komme ich jetzt nicht rein. Sag ich jetzt mal so, weil ich keinen Bock mehr habe, die zu erkunden jetzt gerade. Weil ich jetzt erstmal wieder hier raus will. Ah, Moment, ich glaube hier... Da kann ich auch gerade noch schnell die drei. Dann war es, glaube ich, hier hoch. So, und dann haben wir den... 64er voll und den 64er. Genau. Äh, hier vielleicht? Da vielleicht? Haha! Hier kenne ich mich doch irgendwo aus. Ich glaube, ich muss dann hier rum... Da rum... Nee. Wo war das dann? Hä? Wo waren das dann nochmal? Wo ging es denn dann nochmal raus? War das dann hier? Möglich. Ach, das war hier dann? Dann müssten wir eigentlich... Da rum. Oh, ein Plopp. Na, 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 na. Lass dich doch mal hier. Ach so. Brrrr. Brrrr. Spinnenaugen. Zwei Fackeln. Was lassen wir hier? Hm. Was lassen wir denn hier? Hm. Gute Frage. nächste frage was ist mir mehr wert die zwei blobs oder ein paar knochen hätte ich nicht so viel faden hätte würde ich die faden wegschmeißen die augen sind eigentlich auch selten die kann man irgendwann für unseren blue stand ja benutzen das sind jetzt fragen die die weltgeschichte bewegt oder so kommen dann hier die fünf knochen immer lieber den zwei mit jetzt ja ich glaube hier da und dann dort ich habe keine ahnung hier hier sieht es irgendwie gut aus ja hier sieht sogar sehr gut aus sogar super super sehr gut zack 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 hey schwein hey hallo kein respekt obwohl ich eine klinge in der hand habe so dann machen wir gerade das bett hier hin weil es wird was wir gerade morgen auch das ist auch gut da machen wir das bett gerade wieder weg so dann schauen wir mal was immer denn alles mit in der kiste ist eigentlich auch nichts von bedeutung die können wir eigentlich hier stehen lassen halb eine spinne rum und das schritte sind nur von der kuh gut ja die einmal brauche ich eigentlich erstmal so lassen dann haben wir ab wieder nach hause dann war das so ein kurztrip in der höhle und für die melonen samen aber keine gefunden warum brennst du jetzt erst also das ist schon komisch dass ich da nirgendwo einen minenschacht irgendwo zarten hatte aber wenn ich das so überleg das ist eigentlich immer so erst wenn ich mich irgendwo runter buddel ist eigentlich gleich so ein minenschacht laufe ich überhaupt richtig ich laufe richtig ich kann mir mal den kompass auch eigentlich mal dahin machen ist vielleicht ein bisschen geschickter aber nur ein bisschen nein für heute ist eigentlich wieder schluss weil ich habe jetzt schon wieder fast zwei stunden aufgenommen aber nur fast so und da ich dann fast drei stunden action gemacht habe kann ich eigentlich jetzt mal noch anfangen ein bisschen mit der mit der kirche noch die letzten viertelstunde 20 minuten was weiß ich was ich da machen muss gerade noch ein bisschen hier jetzt geschneit es hat geregnet anscheinend man hatten das geregnet auch gut da kann ich mal die steine jetzt alle austauschen gegen die wo ich so richtig verwenden will weil ich wieder nicht diesen hässlichen dings stein da verwenden ich will ja die hier eigentlich dafür verwenden ja sind wir ohne melonen samen zurückgekommen jetzt von der reise da müssen wir irgendwann nochmal los wahrscheinlich wieder in der übernächsten weil in der nächsten will ich eigentlich wieder bauen ich will es immer so abwechselnd machen so eine eine aufnahmesitzung bauen eine action und ja gut das kann hier rein die ender perle haben auch schon fünf dann das eisen können wir mal hier rein deponieren das gold natürlich auch da ich habe nicht gleich beim net genau so was brauche ich noch oder was bin ich noch mal das metal kann das eisen kann ich auch wieder weg machen eigentlich ich habe noch ein paar mob droppings ich sitze gerade so blöd da schon zwei stunden kohle kohle war da drin genau kohle so was haben wir jetzt noch alles so was haben wir noch kommen wir noch mal so ein bisschen wild gruscht rein wobei das bett können wir gleich wieder in die bibliothek stellen dann was braucht man noch eigentlich wenn wir gerade dabei sind können wir dann auch mal gucken 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3,4,5,6,7,8,9 den hauen wir wieder zurück weil wir brauchen ja wir brauchen ja einiges an dings so zack dann zack 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 Zack, 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 äh, zack, zack. Das, da, da, da. Da, da. Boah, ich werd grad richtig müde im Gehirn. So, die brennen jetzt schon wieder alle. Weil davon brauchen wir viele, wie schon gesagt. Das, da rein, das, da rein. So, du kommst mit, du kommst da rein, du kommst da rein. Du kommst mit, du kommst da rein, du kommst da rein. Und last but not least. Na. Du da, du da, du da. Gut. Dann, was brauchen wir noch? Jetzt können wir erstmal die Kohle wieder weglegen. So, machen wir das so. Und dann, wie war das? So, 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 so. So, so, so. So. Und dann, wie war das so? So, so, so. So, so. Vielen Dank.